Es war auf jeden Fall nicht die Rückkehr, die er sich vorgestellt hat und auch nicht der Start in seine Broncos-Karriere. Das war einfach wirklich nichts. Wenn man sich am Ende die Stats anguckt, sieht es sogar ganz gut aus für Wilson. Das Rating ist da, die Yards sind da, Touchdown. Aber insgesamt sieht es nach einem stabilen bis guten sogar Quarterback-Spiel aus. Und ich muss sagen, wie so oft kann das trügerisch sein, weil es in den entscheidenden Momenten einfach nicht da war. Würde ich nicht unbedingt ihm zuschreiben. Das Playcalling in der Redzone war fragwürdig im Nachhinein. Wo man auch natürlich den Seahawks-Credit geben muss. Zwei richtig gute Goal-Line-Stands. Für den zweiten Fumble können sie jetzt, sage ich mal, nicht so viel. Aber wäre trotzdem gestoppt worden. Also trotzdem ein sehr, sehr starkes Play. Haben wenig Leute damit gerechnet. Als ich es auf Madden gespielt habe, das erste Spiel bei meiner Seahawks-Franchise und gegen die Broncos gewonnen habe, habe ich so gedacht, ha, wird ja nie im Leben so kommen. In echt. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Ich hatte auch einfach das Gefühl, dass es für die Seahawks wichtig ist, in der Rückkehr von Russell Wilson dieses Spiel zu gewinnen. Es gibt ja auch noch ein paar Punkte, wo man darüber reden kann, von wegen, wie ist es jetzt vom Publikum, da Russell Wilson auszubuhnen, wenn er reinkommt. Und ich weiß, dass ihn nicht alle ausgebucht haben. Da waren auch Fans im Stadion, die für ihn geklatscht haben und gejubelt und was weiß ich. Aber das, was man im Broadcast auf jeden Fall am meisten gehört hat, waren schon die Boos. Und beim Warm-Up am Anfang war es wohl noch schlimmer. Also ich glaube wirklich, dass es für die Seahawks als Franchise, für die Spieler, für vielleicht sogar Pete Carroll und vor allem natürlich für die Fans richtig wichtig war, gegen Russell Wilson zu gewinnen. Gönne ich denen auch, muss ich sagen. Ich denke, die Broncos, wie gesagt, haben sich das ganz anders vorgestellt. Vielleicht haben sie auch die Seahawks nicht ganz ernst genommen. Aber das war natürlich kein Start nach Maß. Am Ende noch mit der ganz komischen Entscheidung, da dann die Uhr runterlaufen zu lassen, dann doch ein Timeout und dann doch zu kicken. Das war irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig. Und ich bin ehrlich, dafür hat man auch Wilson nicht diesen neuen Vertrag gegeben. Da musst du einfach deinem Quarterback vertrauen, gerade wenn er deutlich mehr als 5 yards pro Temp hat in dem Spiel, dann bei so einem wichtigen First Down dafür zu gehen. Gerade wenn du das Match-Up im Passing-Game eigentlich wirklich dominierst. Wenn man sich auf dem Papier anguckt, die Receiver von den Broncos gegen die DBs, gerade gegen die, die gespielt haben, auch teilweise verletzungsbedingt, bei den Seahawks musst du eigentlich passen, meiner Meinung nach. Vielleicht irgendwas mit Rollout, Russell Wilson die Möglichkeit geben, da selber noch die 5 yards zu erlaufen. Aber das war es einfach von vorne bis hinten nicht. Ich bin sicher, für einen Seahawks-Fan war es angenehmer. Also du kannst ja mal sagen, wie es aus deiner Sicht war, Silo. Ja, also wie du gesagt hast, falls es jemand noch nicht weiß, ich bin Seahawks-Fan. Deswegen besser hätte ich es mir eigentlich nicht vorstellen können. Und du meintest ja schon, dass du glaubst, dass das einfach so ein extrem wichtiger Sieg für die Seahawks war. Ich glaube, dass, also ich glaube einmal, wenn das Spiel in Denver gewesen wäre, keine Chance. Ich glaube, das war wirklich so ein Riesending, dass das ein Heimspiel war. Man hat sogar auch vorher, ich weiß nicht, ob man das vorher gesehen hat im Spiel, ich habe es auf jeden Fall hinterher auch nochmal gesehen, dass sie einige Seahawks-Legenden da hatten, die geil empfangen wurden im Stadion. Und man spricht ja immer vor allem während des Spiels von so einem Momentum. Und ich habe einfach so das Gefühl gehabt, das war einfach von vornherein bei den Seahawks. Das war einfach, das Publikum hat irgendwie, die Fans haben Seahawks getragen. Und von daher glaube ich einfach, dass das gar nicht, die Seahawks waren spielerisch, gar nicht unbedingt so ein überragendes Team. Also ich glaube, das ist eher, der Sieg ist eher den Broncos zu verdanken, dass die wirklich überraschend schlecht gespielt haben. Du hast aber auch schon gesagt, Russell Wilson sah gar nicht schlecht aus. Und da muss ich dir auf jeden Fall auch zustimmen und ihn auf jeden Fall gegen alle, die ihn jetzt haten, nochmal verteidigen. Ich glaube, das sollte man in erster Linie aufs Playcalling und auf den Headcoach schieben. Andere Sache ist auch, du hast angesprochen, die beiden Fumbles. Ich glaube, es war beides mal von der Eins- oder von der Zwei-Jahr-Linie. Du musst dir einfach überlegen, wenn das beides Touchdowns sind, dann sind es mindestens zwölf, wenn nicht sogar 14 Punkte extra. Und dann sieht der Spielstand ganz anders aus. Deswegen ist es schwer, Russell Wilson da was zuzuschreiben. Natürlich hätte man ihm da das Vertrauen geben müssen beim vierten Versuch. Auf jeden Fall stimme ich dir auch zu. Also ich glaube, für Hackett war das ein sehr, sehr schlechtes Coaching-Debüt. Ja, ich muss auch sagen, gerade als du von Momentum geredet hast, das fand ich interessant, weil mir das nämlich aufgefallen ist, im Lions-Spiel reden wir jetzt hier nicht drüber, aber die Lions inzwischen durch, die sahen am Anfang gut aus, auch defensiv, und sind dann zwischendurch sehr weit nach hinten gefallen, waren 17 Punkte down und so weiter. Und in dem Moment hat man gemerkt, wie wirklich ein bisschen die Luft aus dem Stadion raus war. Fans waren nicht mehr ganz so laut und man hat gedacht, ach Dreck, jetzt verlieren wir doch wieder so doll. Und diesen Moment haben die Broncos einfach nie wirklich gefunden. Die haben nie hingekriegt, diese Luft aus dem Stadion rauszunehmen. Die Fans waren die ganze Zeit drin, das Stadion war die ganze Zeit laut und die haben vor allem die ganze Zeit noch Hoffnung gehabt und auch daran geglaubt, dass man das Spiel am Ende gewinnt. Und das war vermutlich, ich will nicht sagen Fehler, weil die haben es ja nicht willentlich gemacht, von wegen, haha, wir lassen die Fans die ganze Zeit im Spiel und dann am Ende gewinnen wir doch. So hätten sie es gekonnt, hätten sie es gemacht. Aber ich glaube, das wäre wichtig gewesen, einfach schnell zu starten, direkt die Energie aus dem Spiel rauszunehmen und zu sagen, ey, wir sind der Favorit, weil wir besser sind, wir zeigen euch, dass wir besser sind. Was hältst du von der Sache mit dem Ausbuchen? Sagst du es gerecht oder sagst du, hätten sie vielleicht lieber nicht machen sollen? Ah, ich weiß nicht. Also ich bin kein Fan davon. Ich merke mal, Russell Wilson hat ja keinen schlechten Abgang gehabt. Also es gibt ja immer mal Storys von Spielern, die wirklich sich dann noch irgendwie scheiße verhalten, wenn sie den Verein verlassen oder so. Vor allem vielleicht, wenn sie gekratzt werden oder so. Aber ich meine, das war ein Trade und ich bin immer noch Wilson-Fan, weil ich fand ihn bei den Seahawks geil und es ist nicht so, nur weil er den Verein verlässt und zu einem anderen geht, sollte er jetzt irgendwie, sollte ich ihn nicht mehr mögen oder sonst was. Man muss ja auch immer noch verstehen, das ist für die Spieler deren Job, das ist ein Business und von daher kannst du es ihnen nicht übel nehmen, dass sie zum Beispiel auch aus Geld gründen oder so woanders hingehen. Von daher, ich glaube, als Fan hätte ich das auf jeden Fall nicht gemacht, aber irgendwo, ja, irgendwo kann ich es halt verstehen. Ja, genau. Man versteht, dass sie sich irgendwie ein bisschen im Stich gelassen fühlen oder so und die Parallelen wurden gezogen zu zum Beispiel Peyton Manning und Tom Brady, als die weg sind, aber die sind ja mehr oder weniger beide, ich will nicht sagen, fallen gelassen worden, aber es war schon deutlich im Einverständnis mit dem Team. Peyton Manning wurde ja sogar gecuttet so und bei Russell Wilson ist jetzt vielleicht der einzige Unterschied wirklich, dass man sagen kann, es lag eindeutig an ihm, es ist jetzt nicht, dass die Hawks gesagt haben, ey, wir wollen unbedingt im Rebuild und vielleicht können wir unseren Quarterback ja mal loswerden oder sowas oder es gab auch nicht diese ganzen Sachen, wie jetzt mit einem Matt Ryan und Sean Watson, dass er sagt, ey, komm, ihr versucht hier offen einen neuen jungen Quarterback zu holen, dann will ich hier auch wirklich weg, wenn ihr keinen Bock mehr auf mich habt, sondern es war halt wirklich aus einer ich will gewinnen Perspektive, kann man ihm, wie du schon meintest, halt nicht übel nehmen, so es wurde halt auch, wirst du mir glaube ich auch zustimmen, bei den Seahawks nicht genug getan, gerade in der O-Line, in der Zeit, in der er noch da war so und deswegen verstehe ich das auch auf jeden Fall, aber ich denke, man kann sich da nicht drüber beschweren und ich frage mich, ob er sich gewundert hat, ich frage mich, wie er sich das vorher vorgestellt hat, ob er sich vorgestellt hat, dass er reinkommt ins Stadion und alle klatschen und applaudieren ihm für die gute Zeit, die sie hatten oder ob er gewusst hat, da wird es vermutlich ein paar Leute geben, die mir das übel nehmen. Ja, ich glaube, das ist auch echt hart, wenn du dir überlegst, dass du so viele Saisons bei einem Team wirklich bist und die Seahawks sind ja auch ein bisschen bekannt für ihr Stadion, für die Atmosphäre, für ihre Fans und wenn du dann halt als Quarterback von einem anderen Team in dieses Stadion kommst und das ist ja auch neu für ihn gewesen quasi und ich glaube, vielleicht setzt das einem doch schon so sehr unter Druck, dass das vielleicht auch irgendwie mit dazu beigetragen hat, dass es nichts geworden ist für die Broncos. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Show gefallen hat, dann seid doch das nächste Mal auch mit live bei Twitch dabei, wenn es um 19.30 Uhr wieder heißt Shut up mit JD und Sido. Wenn dir dieses Segment gefallen hat, schau dir auch gerne die anderen Segmente hier an und für noch mehr folgt uns einfach auf Instagram oder schau direkt auf ballports.com vorbei.